In diesem Video werden wir die dritte Folge der ersten Staffel der Halo TV Serie namens Entstehung oder Emergence mal etwas genauer unter die Lupe nehmen und am Ende werde ich euch wie immer meine Eindrücke zur Folge sagen. Falls ihr in Zukunft mehr solcher Videos auch zu den kommenden Folgen der Halo Serie sehen möchtet, lasst mir doch gerne ein kostenloses Abo hier auf YouTube da, um in Zukunft keines meiner Videos mehr zu verpassen. Falls ihr mich darüber hinaus noch unterstützen möchtet oder mal live mit mir diskutieren möchtet, schaut doch gerne mal auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv slash silo unterstrich tv vorbei. Jetzt aber zum eigentlichen Video. Die dritte Folge der Halo Serie beginnt mit einem Rückblick in McKees Vergangenheit. Sie ist auf dem Müllplaneten Orban aufgewachsen, der scheinbar von einer militärischen Gruppe kontrolliert wird, die die normale Bevölkerung dazu zwingt, in den endlosen Mülldeponien der Kolonie zu arbeiten. McKee und ein anderer Junge verstecken sich zwischenzeitlich vor den Wachen und lesen Teile aus dem romantisch anmaßenden Buch namens Dawn of Angels. Kurz darauf werden die beiden allerdings entdeckt und der Junge von den Wachen vor McKees Augen brutalst totgeprügelt. Hieran lassen sich jetzt auch ganz gute Rückschlüsse draufziehen, warum es für die Allianz nicht schwer war, McKee davon zu überzeugen, dass die Menschen böse sind. Kurz darauf wird die Junge McKee auch schon von zwei Eliten, die ein Blutzweiter-Artefakt wie eine Art Kompass nutzen und so zum McKee gelangen, entführt. Wir schneiden zurück in die Gegenwart der Handlung und McKee bereitet sich darauf vor, auf ihre Mission zur Bergung des Keystones zu gehen. Dabei unterhält sie sich erneut mit den Propheten und gibt auch Preis, dass sie die Absicht hat, den Chief, den die Allianz wie in den Spielen auch aufgrund seiner Kampfstärke Dämon nennt, zu töten. Später in der Folge greift McKee, getarnt als eine einzige menschliche Überlebende, auf eine angeblich verlassenen Allianz-Korvette ein kleines UNSC-Schiff an. Das macht sie mithilfe der Alien-Spezies der Allianz namens M'Golo. Für viele Halo-Fans der Hauptlore sind diese als Jäger bekannt. Wir sehen sie auch ganz kurz in ihrer für die Spiele typischen Form. Im eigentlichen Kampf tauchen sie aber eher als die schwarmintelligenten Würmer auf, die sie eigentlich sind. Die Jägerwürmer schalten das UNSC-Personal des Schiffes auch ohne Probleme aus. McKee hilft dabei auch, mit einem Partikel-Schwert-Fingernagel. Naja, oder zumindest einem Messer an ihrem Finger. Er fährt aber weder von der Heimatbasis des UNSC noch von einem genauen Aufenthaltsort des Keystones und bleibt bei ihrem Plan, auf Madrigal weiterzusuchen. Dort wird sie nächste Folge dann womöglich auf Quan und Sauron treffen. Dazu aber gleich noch mehr. Zurück auf Reach möchte Parangoski, dass Miranda Keyes ein von Hornsea unabhängiges Forschungsteam leitet, welches das Artefakt genauer untersuchen soll. Daraufhin unterhält sich in der nächsten Szene Horsea mit ihrem eigenen Klon, die offensichtlich eine deutlich jüngere Version von ihr selbst ist und auch die Erinnerung einer jüngeren Horsea, aber eben auch nur die Erinnerungen der jüngeren Horsea, also nicht die, die Horsea jetzt hat, hat. Sie fragt nach den Kindern, womit die Spartans gemeint sind und Horsea berichtet, wie viele bei den Augmentationen gestorben sind. Diese Szene ist aus einer moralischen oder philosophischen Perspektive natürlich ganz interessant, weil die Flashclone dazu bestimmt sind, heranzuwachsen, damit man ihre Organe nutzen kann, sie dann aber auch wieder zum Tod zu verdammen. Und das bei einem lebendigen Wesen mit einem Herrn, Seele und Verstand ist natürlich aus moralischer Perspektive sehr verwerflich. Anschließend beginnt aber auch bereits die Erschaffung Cortanas. Mit einer Nadel, die durch das Auge des Klons eingefüllt wird, wird die neurale Substanz des Gehirns gesammelt und anschließend in eine Art Patrone oder ein Chip eingesetzt. Die neurale Substanz wird dann wiederum in das Gehirn des Chiefs eingesetzt. Kurz darauf anfordert auch schon Katana und taucht in Lebensgröße vor Horsea auf. Sie macht hierbei auch noch eine Referenz an den Anfang von Halo 3, als den Chief beschreibt. A natural leader. So ähnlich haben wir das in der ersten Cutscene von Halo 3 auch gehört. Horsea gibt jetzt auch Preis, dass sie Cortana zumindest fürs erste nur begrenzten Zugang zu Chiefs Hirnfunktionen gibt. Und begründet diese Entscheidung damit, dass Chief mit dem Artefakt verbunden sei, und man diese Verbindung, wenn er und sein Bewusstsein nicht mehr da wären, womöglich nicht weiter erforschen könnte. Jetzt schneiden wir wieder zu Quan auf The Rubble. Und nachdem sie erfährt, dass Madrigal nu komplett unter der Kontrolle von Fincher ist, möchte sie dorthin zurückkehren. Später kann sie Soren davon überzeugen, mit ihr nach Madrigal zurückzukehren, weil sie angibt, dass ihr Vater reich war. Und auf Madrigal immer noch viele Menschen leben, die ihrem Vater auch nach seinem Tod noch treu ergeben sind und Soren bezahlen können. Und hier würde ich jetzt wirklich wetten, dass sie in der nächsten Folge dann auf McKee treffen werden. Auf Reach lernt Chief unterdessen Cortana kennen. Ist zu Beginn ihr Gegenüber aber noch sehr skeptisch und behandelt sie eher wie ein Werkzeug, wie Technik. Gemeinsam mit Horsey testet der Chief erneut den Kontakt mit dem Artefakt und hat ein weiteres Flashback in seine Kindheit, in dem jetzt vor allem ein Hund eine große Rolle spielt. Als Horsey Cortana aber nun anweist, den Chief in Stasis, also effektiv Ohnmacht zu versetzen, wird auch das Artefakt inaktiv. In den Baracken trifft Chief nun wieder auf Silver Team. Und Cortana versucht sich vorzustellen. Der Chief unterbricht sie dabei allerdings. Später hilft Cortana dem Chief allerdings dabei, die Puzzleteile aus seinen Flashbacks zusammenzusetzen und eine Auswahl an Planeten zu finden, wo all das, was er gesehen hat, Johns Kindheit, stattgefunden haben könnte. Anschließend versucht der Chief mit einem Messer, den in der letzten Folge von Soren bereits erwähnten Hormonpin aus seinem Rücken zu schneiden. Cortana meldet das sofort Halsey. Diese sagt aber, dass Cortana ihm helfen soll, damit Cortana Chiefs Vertrauen gewinnen kann. Chief schafft es in dieser dann doch etwas komischen Szene dann aber schließlich mit Cortanas Hilfe den Pin zu entnehmen, wird dabei aber von Spartan Kay beobachtet. Es fühlt sich im Übrigen generell in der Folge so an, als würde Kay vom Silver Team nun eine etwas größere Rolle bekommen und wendet sich langfristig vielleicht sogar gegen den Chief. Ohne den Hormonpin kann Chief aber nun etwas fühlen. Und um das zu verdeutlichen, geht er in der Serie einfach ein wenig durch die Stadt, fährt U-Bahn und hört zwei Cello-Spielerinnen beim Spielen auf der Straße zu. Was er damit beschreibt, die Musik jetzt endlich so hören zu können, wie alle anderen auch. Ein kurz darauf neben dem Chiefs sitzender Hund erinnert ihn nun aber an das Flashback und er rennt sofort zurück zur Basis zum Artefakt, um es ohne gehemmte Emotionen berühren zu können. Nun sieht er etwas genauer, seinen Vater, seine Mutter und vor allem einen zweiten Keystone auf der Welt, auf der er aufgewachsen ist. Anhand von Eisringen um den Planeten kann Cortana die Auswahl nun auf drei Planeten reduzieren und John erinnert sich beim Betrachten von Bildern an Eridianus 2. Cortana klärt ihn aber auch auf, dass das Kolonie-Programm dort gescheitert ist, weil eine Plage ausgebrochen ist, die die meisten Einwohner getötet hat und so wahrscheinlich auch die Eltern des Chiefs. Das Protokoll, mit dem das UNSC die Kolonie dann abgeriegelt hat, hieß laut Cortana Emergency Contact Protocol Epsilon, welches findige Halo-Fans womöglich aus der Haupt-Timeline bereits kennen. In der Haupt-Timeline ist dieses Protokoll das Protokoll des UNSC, welches eingesetzt wurde, um einen Ausbruch des Parasiten der Flood abzuschotten. Wenn man jetzt bedenkt, dass die von Cortana beschriebene Plage auf einem unautorisierten Transportschiff auf Eridianus 2 gelandet ist, könnte es durchaus sein, dass die Flood in einer der nächsten Folgen einen Auftritt hat. Beim konsequent hohen Gewaltgrad der Serie könnte das natürlich durchaus cool werden. Aber was meint ihr? Ist das nur ein kleines Deep-Law-Easter-Egg oder bereits eine Ankündigung der Flood für findige Halo-Fans? Um sich nun aber persönlich ein Bild vom Planeten zu machen, wo er aufgewachsen ist, möchte der Chief nun selbst dorthin fliegen. Und Horsey und ihr Assistent willigen ein, ihn zu begleiten, um das möglicherweise immer noch dort liegende zweite Artefakt zu bergen. Mit einer kurzen Rede von Horsey und den Bildern des Aufbruchs endet dann die dritte Folge. Wie fand ich sie nun? Schwierig. Ich fand die Folge nicht per se schlecht. Bin als Halo-Fan aber dann doch über einige Herführungen und Lore-Themen stark gestolpert. Zum einen wurde die Erschaffung von Cortana irgendwie seltsam inszeniert und hat ein paar unbeantwortete Fragen aufgeworfen. Wurde jetzt einfach Hirnmaterial von Horseys Klon in das Gehirn des Chiefs gespritzt? Oder wurde vorher mit dem Hirnmaterial noch etwas gemacht und an der Chip eingesetzt? Zudem geht die Serie hier direkt einen ganz anderen Weg als die Haupt-Law. Cortana war dort immer auf einem Chip, der in der Regel im Helm des Chiefs ruhte. Hier ist Cortana direkt Teil von Johns Gehirn. Dadurch ergibt sich auch die seltsame Situation, dass Cortana immer einfach und überall auftauchen kann. In den Spielen war hingegen klar, dass wenn Cortana irgendwo auftauchen wollte, ihr Chip zunächst aus dem Helm des Chiefs gezogen werden musste und so weiter. Zudem fragt man sich, wie Cortana sich überhaupt materialisiert, überall im Raum. Also wie das ganz technisch funktioniert, dass sie jeder sehen kann, wenn sie einfach im Hirn des Chiefs ist. Hier hätte es noch etwas Erklärung gebraucht. Zudem finde ich es etwas weird, dass sie wirklich lebensgroß ist. Aus den Spielen ist man einfach gewohnt, dass Cortana eher klein ist, wenn sie auftritt. Nur am Ende von Halo 4 und in Halo 5 ist sie mal wirklich in Lebensgröße dort aufgetreten und irgendwie fand ich das hier etwas komisch. Generell sah ihr CGI manchmal etwas weird aus, auch wenn ich an sich sagen muss, dass ihr Design im Vergleich zum ersten Look im Trailer doch deutlich besser aussieht und es toll ist, wenigstens bei ihr im englischen Original die Stimme von Jane Taylor aus den Spielen zu haben. Nichtsdestotrotz fragt man sich auch, inwieweit Horst sie es jetzt tatsächlich ernst meint damit, dass sie den Verstand des Chiefs nur wegen des Artefaktes nicht komplett von Cortana überschreiben lässt. Oder ob es ist, weil ihr John etwas bedeutet. Ganz klar wird das bis jetzt irgendwie noch nicht. An sich fand ich Cortana vom Charme her aber sehr ähnlich zu den Spielen, wenn ich es auch momentan etwas gewöhnungsbedürftig finde, dass sie quasi eigentlich Horst sie gehorcht und noch nicht 100% im Team des Chiefs spielt. Aber das wird mit der Zeit wohl noch kommen. Außerdem müssen noch die zwei seltsamen Kuss-Szenen in dieser Folge erwähnt werden. Zum einen die eine von der jungen Marquis und noch viel weirder die von Horsties Assistent, der ihren Klon küssen möchte, während die einfach völlig sterilisiert auf einer OP-Bank liegt, bis schließlich Horst sie reinkommt und ihn unterbricht. Oh. Und dann wäre da noch der Arsch vom Chief. Ja. Das lasse ich einfach mal so stehen. Die Brutalität, in der Marquis Freund, ein Kind, hier totgeprügelt wird, fand ich auch wieder sehr krass. Und ihr Partikelfingernagel, den sie später hat, war dann doch auch irgendwie sehr kurios. Nicht per se schlecht, aber irgendwie doch weird. Ich wusste nicht so ganz, was ich davon halten soll. Könnt ihr mir ja gerne mal so schreiben, wie ihr das fandet. Cool fand ich allerdings auch, auch wenn es erzähltechnisch etwas plump war, Chief mit einem neuen Outfit jetzt endlich Gefühle erleben zu lassen und ihn als anderen Menschen darzustellen, dass wir endlich mal etwas mehr ziviles Leben im Halo-Universum gesehen haben. Einfach mal, was die normalen Menschen während dieser ganzen Ereignisse so machen und wie es aussieht. Auf der anderen Seite ist es auch etwas so weird, dass irgendwie der Allianzkrieg gar nicht mehr so wirklich Thema ist. Ja. Passiert nichts mehr mit. Die Allianz greift zwar angeblich vielleicht irgendwo menschliche Kolonien an, aber hey, was sollten die Spartans damit zu tun haben? Und warum sollten der UNSC Hauptquartier of Reach davon auch nur irgendetwas Thema sein? Also es fühlt sich wirklich nicht wie ein verzweifelter Krieg an momentan. Wie ein wichtiges Ereignis, wo alles drauf gesteuert wird und niemand anders kann, als damit konfrontiert zu werden. Als letztes kam unter dem Video zur zweiten Folge dann noch die Frage auf, ob Cortana nun die erste KI überhaupt in dieser Timeline wird und ich denke, das können wir jetzt beantworten. Als McKee das UNSC Schiff Gladys angreift, bekommt Reach noch eine letzte Audioübertragung und das kommentiert Captain Keys damit, dass die KI Analysen auch nichts über den Inhalt herausgefunden haben. Entsprechend denke ich, dass Cortana lediglich die erste KI ihrer Art und ihrer Stärke ist und nicht die erste überhaupt. Simplere KIs gab es wohl auch in der Silver Timeline bereits zuvor. Alles in allem fand ich die Folge ganz okay, muss aber auch sagen, dass ich Cortanas Erschaffung dann doch etwas dünn und gerusht fand. Und irgendwie mir nicht ganz sicher bin, was ich überhaupt davon halten soll. Aber was denkt ihr? Wie fandet ihr die dritte Folge und was ist eure Meinung zur Cortana? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr mehr solcher Videos auch zu den kommenden Folgen der Halo Serie sehen möchtet, lasst mir doch gerne ein kostenloses Abo hier auf YouTube da und vergesst nicht, das Video zu bewerten. Wenn ihr mich darüber hinaus noch unterstützen möchtet, lasst mir doch gerne ein Follow und oder Abo auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv slash silo unterstechtev da. Das war's aber erstmal von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Silo.